Die Firma Katschuhreiter von KALO. Ja, servus, der Tilo. Ich brauche heute am Donnerstag um halb vier einen Termin zum Spritzen-TÜV. Ja, kannst du mir die Checklist mal zuschicken, dass ich die Spritzen noch mal vorher überprüfen kann? Alles klar. Danke, servus. Alles klar. Gut, servus. Servus, bist zum Spritzen-TÜV da, gell? Also ich würde sagen, fährst du rückwärts rein, dann prüfen wir die Pumpen, die Linderleistung, und danach machen wir die Querverteilung für die Düsen. Musik 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 Gut, dann schalst du mal ein, schalte die Linder-Brenner auf meine Drehzahl und damit nur die Leistung für die Pumpen prüfen. Musik 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 Musik